Die Arbeiten am neuen Spielplatz am Eschenweg in Shortens gehen voran. Die Schächte von 1,30 Meter Tiefe für die Pfosten für das neue große Spielgerät sind ausgehoben. Als nächstes müssen die Holzpfosten aufgestellt und der Beton gegossen werden. Im Moment läuft noch eine Pumpe, um den Grundwasserspiegel künstlich abzusenken. Denn inklusive Schächte wird bis 1,80 Meter unter normalen Null gebaut. Die Schächte unter der Fläche würden ohne die Pumpe mit Grundwasser volllaufen. Arbeiten wären dann unmöglich. Der Spielplatz am Eschenweg ist der zweite, der nach Marienhof im Wohngebiet Hohe Gast umgestaltet wird. Bis 2022 will die Stadt Shortens ihre übrigen 20 Spielplätze aufwerten und umgestalten. Dafür sind insgesamt 762.000 Euro geplant.